Wenn ich jetzt 1989 und Berlin sage, antworten die meisten Mauerfall, klar. Aber viele verbinden mit 1989 und Berlin auch was ganz anderes, nämlich die erste Love Parade auf dem Kudamm mit dem schönen Motto Friede, Freude, Eierkuchen. Am 1. Juli 1989 erfunden hat den Umzug, der damals noch über den Kudamm zog, Dr. Motte, den wir gleich hier begrüßen. Erstmal raven wir aber nochmal in Erinnerung. Unsere Welt ist lang. Unser Guru, Dr. Motte. Du hast uns den Summer of Love gebracht. Die Love Parade. In den besten Zeiten mit 1,5 Millionen Ravern, viel nackter Haut und deinen legendären Reden. Unser Wunsch ist es, dass Frieden auf der Erde ist. Naja, die politische Botschaft eher dünn. Aber was soll's? Du hast die Stadt mit Liebe geflutet. Gleichzeitig aber auch ins blanke Chaos gestürzt. Wer hätte das ahnen können, als du mit deiner ersten Liebes-Demo und 150 Tänzern über den Kudamm gezogen bist? Aber hey Doc, die Love Parade hat auch Karrieren befördert, nicht nur deine eigene. Annabelle, es sind ja mehr Menschen als bei der Maueröffnung, oder? Es ist Wahnsinn, es ist wirklich unglaublich voll hier auf dem Kudamm, 500.000 Menschen, ganz bestimmt eine richtige Zeit. 2006 ist Schluss mit Love Parade in Berlin. Aber der Techno lebt. Die Party People kommen immer noch. Nur, wo ist die Liebe geblieben? Sag's uns, Dr. Motte. Ja, und jetzt begrüßen wir den Mann, der für die deutsche Einheit mindestens so wichtig war wie Helmut Kohl. Der Vater der Love Parade hier bei uns live, Dr. Motte. Hallo. Deine Tasche. Ja, hab ich mitgebracht. Toll. Gibt Geschenke drin. Waren wir an den Tisch kommen? Na ja, das hab ich. Geschenke für mich? Na auch für euch beide, ich hab was mitgebracht. Er war grad noch einkaufen. Wo ist die Liebe? Papa Motte hat Geschenke. Da ist sie. Oh, danke. Wie früher, ja. Dann hab ich noch was mit. Ich muss Sie gar nichts mehr fragen, Sie können gleich gehen. Einen Flubby. Oh, oh, vielen Dank, ja. Damit ist für mich das Wesentliche dieses Gesprächs schon geschafft. Ja, hab ich gefreut. Ja, aber gerne Platz nehmen. 30 Jahre Love Parade, woran merkst du, dass das irgendwie ein besonderes Jubiläum ist? Na, ich werde dieses Jahr so oft darüber interviewt. Und außerdem machen wir ja auch noch eine Sonderausstellung in der 90s Berlin Ausstellung in der Alten Münze. Und die wird am 1. Juli eröffnet. Und da sind wir jetzt schon total dabei am Sammeln, am Sammeln, am Sammeln. Aber man blickt dann so mit leuchtenden Augen zurück. Und man muss ja ehrlich mal sagen, der 1. Juli 1989, es hat genieselt. 150 Leute zogen zu Technoklängen über den Kudamm. War das eigentlich schön? Das war super. Also wenn ich daran denke, wie wir da so blauäugig am Wittenbergplatz zuerst standen. Und da war keiner. Wir kamen dann mit unseren Wagen da an und es nieselte. Und die ganzen Fans alle oder die Leute, die gesagt haben, sie kommen, keiner war da. Also wir wollten eigentlich um 16 Uhr starten und um 16.30 Uhr standen wir immer noch da. Und dann kam der Polizist, der Leiter der Polizei dann, wollen wir mal loslegen? Ich habe auch dann eine große Hause. Ich habe gesagt, 16 Uhr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fangen wir halt an. Und dann haben wir einfach die Stromgeneratoren angeschmissen. Und dann ging die Musik an. Und sag mal, manche kriegen ja schon Föhn, wenn sie irgendwie so einen Brunch vorbereiten müssen für Freunde. Wie hast du dich vorbereitet auf die erste Love Break? Naja, ich hatte die Idee im Mai. Da stand er vor dem Club. Und dann plötzlich kam so die Daniel-Düsentrieb-Lampe. Also? Wirklich. Und dann wusste ich, wie es geht. Und dann habe ich gesagt, hey, wir melden eine Versammlung an, ziehen über den Cuda mit unserer Musik und alle so. Und dann einfach machen. Naja, das ist ja eh Berlin. Do it yourself und nicht denken, machen. Gut, das war aber auch zu der Zeit besonders krass. Also das ist natürlich die Frage, würde das heute noch gehen? Umso größer die Aufgaben werden, umso mehr muss man vorbereiten. Und dann ist man teilweise zwei Jahre am Planen. Ja, ich meine, die größer die Aufgaben, die zahlen Zuwachs 150 Teilnehmer auf 1,5 Millionen. Also, pff, das kennen wir sonst nur vom BER. In welchem Moment hast du gemerkt, das Ding wird hier ein Weltereignis? Na, das geht ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja so, damals gab es noch kein Internet. Und noch keine Handys. Und dann ist es halt rumgegangen, ja? Also, ich war ja auch ab und zu dabei. Und als Kult galt dann immer die Rede von Dr. Motte an der Siegessäule. Keiner von uns hat je eine Rede vor 1,5 Millionen Menschen gehalten. Und Leute wie Barack Obama, die sowas vor nur so halb für so vielen Leuten an der Siegessäule machen, haben dann Redenschreiber. Aber wie hast du deine manchmal, ich sag's mal vorsichtig, etwas schrägen Reden eigentlich vorbereitet? Ja, das kommt immer ein bisschen schräg rüber, weil ich auch so nuschle. Ach, ich finde es geht. Ich leg die Tasche hier ein bisschen besser. Ja, und hast du dann zu Hause in der Küche gesessen und hast eine Rede geschrieben? Nein, nein, ich hatte eine Coachin, also die Ira, die hat mich gecoacht. Ja, ja, Coachin. Also die ist jetzt nicht Indianerin, die ist auch deutsch. Ist schon klar, ja, ja. Und, naja, und was wollte ich jetzt, achso, da haben wir halt da gesetzt und haben überlegt, was sagt man denn und was will man eigentlich sagen? Und mir war eigentlich immer wichtig, ich wollte eigentlich immer denen, die da waren, also auf der Parade selber, beim Radio zugehört haben, als auch im Fernsehen zugeschaut haben, erzählen, was wir gerade machen und den Augenblick eigentlich vertiefen. Parade, sagst du. Den Augenblick vertiefen, ja. Ja, den Augenblick vertiefen. Du, wir haben eben schon ein bisschen gesagt, es war eine besondere Zeit, Nachwende, dieses Ding machen, fand ich, war zu der Zeit besonders stark. Mensch, wir können auch alles, wir haben gerade die Mauer eingerissen, da können wir jetzt auch hier auf der Straße feiern. Glaubst du, das wäre überhaupt heute noch möglich, obwohl wir Internet haben oder gerade deshalb? Naja, ich meine, es steht ja im Grundgesetz, ja, es steht im Grundgesetz, jeder kann sich unter freiem Himmel versammeln, jeder. Und das kann nicht verboten werden, das ist ein Grundrecht. Und das kann eigentlich jeder immer noch und ich meine auch die Macher, das Zug der Liebe, die machen das ja auch einfach, die melden halt eine Versammlung an und im Grundgesetz ist ja eigentlich so, da gibt es ja auch, von Roman Herzog hat ja gesagt, es gibt den eng gefassten und den weit gefassten Demonstrationsbegriff, wo dann gesagt wird, also den eng gefassten ist, ihr müsst Banner hochhalten, Reden halten und so weiter und so weiter, das ganze Zeug. Und der weit gefasste ist, es reicht die körperliche Anwesenheit auf der Demonstration. Gut, aber ob dieser weit gefasste Begriff der körperlichen Anwesenheit heute noch so genutzt wird oder wie es damit so aussieht, das wollen wir uns noch ein bisschen genauer angucken. 30 Jahre, du hast eben gesagt, vor 30 Jahren habt ihr mit 150 Leuten angefangen, seid über den Kudang gezogen. Was passiert, wenn man das heute macht, unsere Kollegin Melanie Mantai hat sich das gefragt und sie lässt für die Abendshow, auch für dich, Motte, die Love Parade wieder auflegen. Super. Oh ja, ich finde, es hat sich wieder cool gemacht, mir hat es gefallen. Ich hatte, ich war sofort dabei. Du feierst ja international immer noch große Erfolge und so bei so einer improvisierten Last Raid. Wärst du mit dabei? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Was gibt es besser als auf der Straße zu tanzen und Menschen zusammenzubringen und tanzen dabei so? Im Regen? Ja, sich näher zu kommen. Du bist, Britta hat es gerade gesagt, du bist international unterwegs, du legst noch ganz viel auf. Berlin hat sich ja rasant verändert. Wenn andere über Berlin reden, denken die immer noch an die Love Parade oder wird da auch viel genölt, wie der Berliner ja auch gerne nölt? Na, eigentlich was, ja eigentlich bekannt ist, Berlin ist ja dafür bekannt, dass halt so viele sehen, was hier so kulturmäßig los ist. Also ich meine, wir haben ja eine Vielfalt an Kultur, wir haben ja unheimlich viele Spielstätten und 70 Prozent aller Berlin-Besucher kommen ja deswegen nach Berlin und was jetzt gerade die Club Commission ja auch gesagt hat, ist der ganze Kulturbereich, der Clubkultur, insgesamt alles, 1,5 Milliarden Euro Umsatz in der Stadt. Ja. Und es ist also, da bleibt auch für Berlin was hängen und das ist also schon gewaltig und deshalb ist das also hier weiter am Leben. Deshalb so eine kleine Love Parade, mein Gott. Ja, machen. Aber hat die eigentlich so viel Kohle gebracht? Also ich meine, gut, langfristig schon wegen dem ganzen Hype und so. Weil es Britta wissen will, bist du reich. Nee, das eigentlich nicht, das interessiert mich null. Oh, aber ich sehe, diese Goldjacke. Nee, aber jetzt mal eher, also das interessiert mich null, weil ich finde das eigentlich so schön, dass oft ja diese anarchistischen Sachen weniger Geld bringen. Darum geht's gar nicht. Es geht einfach um die Sache an sich. Also mir ging's immer darum. Es geht um Liebe, verdammt nochmal hier. Ja, genau, es geht um Liebe. 30 Jahre Love Parade, zu Gast in der Abendshow. Der Initiator der Love Parade, Dr. Motte, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns auf der Love Parade. Ja, und da selbst liebst du wirklich. Ja.